wir kommen zu einer weiteren aufgabe vom fluch der pharaon so wir rufen kurz unsere karte einmal auf wir sind jetzt nämlich genau hier kommt er da eigentlich die quest machen wo ich hasse so hat man die mumis ehrlich etzent gräber der arbeiter machen wir gerade die groß dann bist auch genau wo jetzt ja das von alleine oder ein schatz plündern sollten wir hinkriegen wir versuchen unser glück wir lassen sie nur mal kurz steigen kann die lage abchecken und dann als nächstes machen wir dann die quest da ist unser schatz da ist unser schatz ab dahin spannen wir schon mal unsere klingenwaffe so wie es aussieht sollen wir den rebellen helfen hauptierangriff ich komme ganz schüttlich kommt hier zu mir kommt zu mir kommt zwei kollege so läuft ja komm her für dich spannen wir auch noch mal unsere klinge und dann schlaf finde frieden in der dort kleiner scheißer denkt dann hier kommt kein tier zu schaden die schlafen nur kurz und danach reiten die weiter oder rennen weiter plündern ja aber meine mumis ein sichelschwert und eine weitere aufgabe haben wir im fluch der pharaon auf unsere art erledigt denkt immer noch nicht wie kein profi sondern einer spaß daran spielen über seine eigene doofheit lachen kann ich grüße euch alle recht herzlich hier ist auf jeden fall was vom lesen wer das lesen möchte pausiert eben kurz das video dann sollte eigentlich alles klar sein hier hat sie gut aus wir haben es geschafft meine liebe mumis ich bedanke mich natürlich fürs zuschauen und sagen wir sehen uns bei der nächsten aufgabe im fluch der pharaon wieder auf wiedersehen meine lieben homis jetzt jetzt Untertitelung des ZDF, 2020